Schaut euch diese super leckeren Pancakes an, ganz natürlich aus Dinkelvollkornmehl, super ballaststoffreich, ganz ohne Weizenmehl, Weizenstärke, Natriumdiphosphat, Hydrogencarbonat, Diphosphat, Natriumcarbonat, Dextrose, Glucosesirup, Milchzucker, Backtriebmittel und Stärke. Wer braucht das schon? Hallo und willkommen auf Benjana kocht für euch. Heute backen wir. Heute backen wir. Oh, wir haben unsere Pfanne vergessen vorzubereiten, aber das ist völlig egal. Das kriegen wir auch so noch hin. Ihr habt schon im Vorspann gehört, wir machen heute wieder etwas ohne viele Zusatzstoffe, was mega super lecker schmeckt. Wir essen es gerne, die Kinder auch, wie eigentlich alles, was wir ja machen, weil ich mache eigentlich nichts für euch, was mir auch nicht schmeckt oder uns nicht schmeckt. Genau, und man kann es doppelt verwenden, einmal als Nachtisch oder wie wir es heute machen, als Hauptspeise. Genau, ja, oder man könnte es auch mal als Vorspeise für Gäste oder so machen, fällt mir gerade ein, das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Ja, wir haben auch keine Gäste, deswegen machen wir das auch nicht. Genau, haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, was wir machen. Also es gibt Pancakes und zwar mit Dinkelvollkornmehl. Schmeißen wir rein. Genau, und das ist das Geschickte, soll ich das schon mal reinschmeißen, aber ich habe ja noch gar nicht gesagt, was wir alles dazu brauchen. Dann verzähl es und schütze gleich rein. Ne, das geht so nicht, weil ich muss das während dem Mixen dann gleich. Okay, dann erzähl. Genau, jetzt lass mir halt machen. Wir haben keine Zeit. Ich habe ja auch noch mein Rezept, doch mir Händzeit, mein Rezeptliege, weil das ist jetzt was, ich kann nicht alles auswendig kochen, was ich dann tatsächlich auch so mache. Jedenfalls brauchen wir vier Eier, zwei Esslöffel Rohrzucker, kann ich euch echt empfehlen. Ich nehme es nicht immer und überall, aber ich nehme es auch gerne in meinen Kaffee. Okay, ich finde, der hat einen karamellischen Geschmack und man braucht dann einfach schon weniger davon, weil der so kräftig im Geschmack ist und ich finde, dann lohnt sich das wieder. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, von Süßstoff bin ich nicht überzeugt, weil der dann wieder auf die Darmflora blöd reagiert. Birkenzucker ist meistens recht gut, aber der hat halt den Geschmack, den er hat. Egal, weiter. Weiter, dann haben wir hier 200 Milliliter Hafermilch. Ungesüßte. Ungesüßte, genau. Zwei Esslöffel Rosinen. Ich habe die euch in Wasser ein bisschen eingelegt, damit ich die einfach ein bisschen aufquellen. Ich mag das mehr, wenn die noch ein bisschen saftiger sind. Die waren jetzt schon arg trocken schrumpelig, was ich da gekriegt habe. Genau, wenn ich weiß, was Rosinen sind, Zibäbe. Zibäbe, genau. Genau, getrocknete Trauben, Weinbeeren. Dehydriert. Dehydriert. Wir haben keine Zeit, Herr Schrazer. Jetzt machen wir weiter, du hast gesagt, wir haben Zeit. Gemahlene Mandeln haben wir hier und zwar 60 Gramm. Ja, stimmt das? Ja. Ich mache nämlich ja die doppelte Menge. Jetzt habe ich gerade einen Schreck gekriegt, ob das passt. Dann haben wir hier 120 Gramm Dinkelvollkornmehl. Ein Teelöffel Backpulver brauche ich nachher. Zum Ausbacken Kokosöl. Genau, Kokosöl. Es schmeckt einfach, also ihr könnt auch jedes andere Öl nehmen. Es soll ja gesund sein, das Kokosöl, wobei sich da mittlerweile die Geister auch schon wieder wahnsinnig streiten. Ihr könnt auch jedes andere Öl, aber es schmeckt halt echt geil in der Kombination, wenn ihr Kokosöl nehmt. Nachher zum schön dekorieren und herrlich dazu essen, weil nur die Pancakes ja dann wirklich auch langweilig zum Essen, brauchen wir noch 300 Gramm Obst. Ich habe mich da für Heidelbeere und zwei Kiwis entschieden. Ein paar Mandelblättchen, dann sieht es noch schön aus. Und Zimt, ich liebe Zimt immer noch oben drüber. Das macht nochmal so herrlich was her. So, jetzt lege ich mein Zettel mal da her und jetzt fange ich an. Jetzt brauche ich noch ein Messer. Habe ich gerade gemerkt, weil ich schlage die Eier immer mit dem Messer auf. Kannst du mir vielleicht hier irgendwie was für den Abfall geben. Ja. Und an die Haustüre gehen. Ich mache hier mal so lange alleine weiter. Das werde ich wohl hinkriegen. So. Jetzt habe ich die vier Eier hier reingeschlagen. Dann kommen zwei Teelöffel Rohrohrzucker dazu und die Hafermilch. Also quasi erst die feuchten, nassen Sachen zusammen. Und das Ganze mixen wir jetzt auch schon mal schön durch. Das ist ganz schön laut. Und mein Mixer, der hat irgendwie mal, das macht er aber schon, ich habe den schon seit zehn Jahren, der hat ganz am Anfang mal irgendwie gemacht. Aber er hält immer noch. Ich muss mir kurz mal die Hände waschen. Machst du mal bitte einen Teelöffel Backpulver in das Mehl rein? Das ist mir gut. Aber jetzt haben wir wieder Zeit für neun, oder? Mixer. Also du weißt ja mit, was ich eigentlich liebe. Ich möchte ja eigentlich nicht mehr so einen Handmixer haben. Aber ich wünsche mir ja eigentlich so ein automatisches, nie ein gestrichen glatter Teelöffel bitte. Also mehr. Das brauchen wir schon. Ja, genau so macht man das. Ja, wenn damit ein bisschen umrühren. So, ich habe ja immer Rest. Also da ist 15 Gramm drin, wenn man da immer, man braucht meistens so einen halben oder mal einen Teelöffel irgendwo für. Ich knicke mir das dann immer gerade noch so zusammen. Kannst du voll knicken. Kannst du voll knicken. Das stelle ich mir einfach so wieder in meinen Küchenschrank rein. Ein Frosch im Hals. Quark. Quark, nicht Quark, kommt da heute nicht rein. Gut. Kannst du die auch noch schön abgießen? Abseien. Abseien. Jawohl, ich tue so lange. Grüße an dieser Stelle an DJ Seier. Das war jetzt der Insider. Also mal das Mandelmehl jetzt. Ne, Mandelmehl. Die gemahlenen Mandeln dazu rein. Also ich habe jetzt das Ei zwei Minuten voller Stufe gut durchgemixt. Jetzt machen wir das Mandelmehl und die leicht gequollenen Rosinen dazu. Zwiebel. Und jetzt mixen wir das Ganze nochmal. Oh, schon wieder knapp. So, also ihr seht, das Ganze ist schön schaumig. Das war am Anfang schon schaumig. Das ist wichtig, wenn ihr die Eier, Zucker und die Hafermilch zusammenmixt, dass ihr es zwei Minuten gut aufmixt, dass das schön schaumig wird. Das ist nachher einfach diese Fluffigkeit dann in dem Ganzen. Und jetzt streuen wir hier vorsichtig dieses Mehl noch oben drüber. Das ist vollkommen Dinkelmehl, nicht einfach nur Dinkelmehl. Und mixen schon wieder. Aber nur noch langsam, dass das Mehl gerade so noch untergeht. Und wir jetzt nicht den ganzen Teig komplett erschlagen mit dem Mehl, weil der soll ja schon fluffig bleiben. Wo dann die Industrie gerne an dieser Stelle dann Stickstoff verwendet, dass es aufschäumt. Und Stickstoff kennen wir, jetzt wird es richtig unromantisch, aus dem Feuerlöscher unter anderem. Hol mal so einen Feuerlöscher. Einmal aufschäumen, bitte. Nee, das brauchen wir ja gar nicht. Weißt du, du hast vorhin Sachen vorgelesen, die kann ich nicht aussprechen, die möchte ich noch weniger essen. Ja, ich habe prächtig geübt, dass ich das fürs Video wunderschön vorrattern kann. Da kriegt man echt, das ist echt ein Zungenbrecher. So, und jetzt haben wir unseren Teig quasi schon fertig. Der ist ein bisschen flüssig jetzt. Aber den müssen wir jetzt 15 Minuten stehen lassen. Das Vollkorn-Dinkelmehl braucht es. Und in der Zwischenzeit mache ich meine Kiwi-Schnippelich klein und bereite mir hier alles vor, dass wir dann die ausbacken können zusammen. Reicht Kiwi schneiden und Gutes oder muss man noch ein bisschen mehr vorbereiten? Das können ja die Leute so nebenbei ja auch machen. Stimmt, wir können in der Zwischenzeit auch die noch anrösten. Weil das ist dann auch, genau. Ich stelle das jetzt mal kurz auf die Seite dahinter. Dann hole ich mal die Pfanne und dann zeigen wir euch das. Genau. Aber das machen wir jetzt hier runter, weil das backen wir nicht mit. Zumindest nicht alles. Ah, ich habe die Prise Salz vergessen. Die machen wir jetzt noch. Ich zeige euch hier. Ich mache da echt immer bloß wenig und dann hier eine Prise und die gehört da hinten noch rein. Für alle, die nicht wissen, was eine Prise ist. Eine Prise ist das was zwischen Zeigefinger und Daumen. Und Mittelfinger. Mittelfinger auch noch? Ja, die drei so und dann da rein. Da habe ich jetzt noch drei Körnle, also auf die kommt es jetzt auch nicht drauf. Ah weh, das ist versalzen nachher. Jetzt muss ich es nochmal ein kleines bisschen. Das, ja man braucht eine kleine Prise Salz. Das ist immer gut, wenn man was Süßes macht. Ah, ich merke schon, der Teig wird schon, vielleicht seht ihr es, der wird schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, zäher. Weil dieses Mehl. Das Glutengerüst fängt an zu arbeiten. Ja, da kommt der mit dem Bäcker wieder raus. Ja, ja. Das ist, wenn ich sein Spezialgebiet so habe, mal die Pfanne voll, keine Ahnung. Und wenn die Knalle heiß ist, machen wir die da rein. Und ich wollte jetzt die Kiwis schälen und schneiden. Ja, dann nehme ich mir ein Messer. Dann mach das schnell. Und ein Brettle brauche ich. Dann nimm dein Brettle. Ich mache das einfach so. Und schäle die. Die Riesenboppel, da muss man wegmachen am Anfang. Wenn ihr jetzt sagt, oh, so ein geschicktes Brettle hätte ich auch gern. Oder so einen Kochlöffel, findet ihr in der Videobeschreibung, haben wir euch das mal verlinkt. Da könnt ihr euch die Sachen von der Art her auch für zu Hause, falls ihr es noch nicht haben solltet, in die Küche reinmachen. Ja, was ich ganz wichtig finde, ist immer so kleine, scharfe Küchenmesser. Da habe ich drei, vier Stück davon. Gerade für solche Sachen. Und da gibt es dann auch welche, die sind vorne. Die Spitze ist noch ein bisschen kürzer. Das sind dann, glaube ich, wirklich Apfel- oder Obstmesser heißen die. Aber das können wir in denen echt auch mal verlinken. Ich finde es echt super. Die habe ich gern. Wusstet ihr, dass ihr die Schale von der Kiwi mitessen könnt, wenn ihr die Kiwi so esst? Muss man sich dran gewöhnen. Da sind aber auch sehr viele Vitamine und Ballaststoffe dann drin. Ich mag es nicht. Ich weiß, das ist schwierig. Ich habe es schon probiert. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Ja, ja. Ich habe jetzt hier grüne Kiwis. Gibt ja auch die goldene. Da ist tatsächlich nicht so furchtbar, weil die haben auch eine viel glattere Schale. Da habe ich es echt auch schon mal gemacht und es mitgeessen, weil es halt gesund ist. Also mir ist es immer noch lieber, ich schneide sie aus und löffle sie mir aus. Aber für heute wollen wir das ja so dazu essen. So, die Mandelsplitter kommen rein. Plätzchen. Mandelblätchen. Pass mal, die ist hart hier. Die andere war weich, das ging besser mit dem Schälen. Die der Hannah ist jetzt echt tot. Und dann ruhig ein bisschen verteilen. Dass sie dann kurz liegen, dass sie auch Farbe bekommen. Genau. Volle Pulle kann man lassen, oder? Ja, ich würde mir aber eigentlich alles wieder rausholen. Also gut, wenn du das so mit hinkriegst. Oh, die Schale brauche ich ja nochmal, dann kann man es danach wieder reinmachen. Da war ich zu schnell. Oh, wie das duftet. Oh, lecker. Oh, ja. In der Pfanne gehen die Mengen am besten. Man kann das natürlich auch im Backofen machen. Aber dann ist das halt vom Energiebedarf her ein bisschen kritisch. Wenn du erst im Backofen 20 Minuten hochheizt, dass du dann nachher das 10 Minuten vielleicht die Menge auf dem Backblech hattest. Klar, wenn du natürlich ein ganzes Backblech voll machst, dann muss der von der Company das Rezept ja schon kochen. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so. Also ich weiß nicht, ob es dann auch effektiv ist. Ich glaube, das kriegst du dann trotzdem mit der Pfanne ganz gut hin. Ich habe halt oft gelesen, dass die Pfanne empfohlen wird, zum rösten Backofen alles machen. Und man sieht schon mal, wie schöne Farbe das kriegt. Achso, ja, das geht schneller, finde ich. Wenn ich jetzt irgendwie, was wir auch schon ausprobiert haben, eine Haselnuss-Schoko-Creme selber machen, dann brauchen wir viele Haselnüsse und die muss man dann schälen und dies ist dann sinnvoll, das im Backofen zu machen. Wobei der Aufwand echt mega ist. Aber der Geschmack auch. Schmeckt halt anders, aber dafür gesünder. Können wir auch mal machen, wenn uns langweilig ist. Ja. Also nie. Nee, Quatsch. Wir machen das alles Stück für Stück. Jeden Freitag ein neues Video. Ben, zeigt euch dann, wie man Haselnuss-Schoko-Creme selber macht. Das hast du letztes Mal gemacht, das weiß ich doch nicht. Also ich habe mich eigentlich für eine andere Variante entschieden und zwar mache ich sie immer aus Mandelmus. Das finde ich persönlich viel besser. Mandelmus und Kakao mache ich mir eine Schoko-Creme. Wobei das, ja ich finde auf dem Brot selber zum Essen finde ich es nicht so gut. Ich habe dann immer Banane dazu gegessen. Schoko-Banane. So als Snack. Aber ja, das mache ich echt sehr selten. Deswegen habe ich das jetzt auch noch nicht erwähnt. Herrlich, die Farbe. Jetzt sind wir gleich fertig. Ich habe die Kiwi auch fertig. Da rein oder da lassen? Nee, die muss, ja. Die Pfanne brauchen wir ja gleich für die Pancakes. Als ob wir nur eine Pfanne daheim hätten. Ja, so eine große Schoko. Du hättest ja die kleine nehmen können für die. Wobei, vielleicht brauche ich nachher zu. Ja, vielleicht gar nicht schlecht. Wir machen die andere auch noch, weil sonst dauert es wahrscheinlich echt lang, diese ganze Pancakes auszubacken. Du bist eilig. Ich dachte, wir haben heute Zeit. Wir müssen, glaube ich, noch 10 Minuten warten, bis der Teig dahinter voll durchzogen ist. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Teig fertig ist. Genau. 15 Minuten sind rum. Der Teig ist aufgegangen nicht, aber er hat seine Arbeit getan. Genau, der ist jetzt dick bis dicker geworden. Ich habe mir eine Gabel genommen, zum nochmal umrühren. und zwar sind ja auch unten noch die Rosinen drin. Und dann muss man gucken, wenn man nachher das auch mit dem Esslöffel rausnimmt, dass man da von unten, weil die tauchen immer wieder runter. Sonst hat man die ersten Pancakes nämlich überhaupt keine drin. Das sind dann meine. Stimmt. Ich mag halt die Bebe. Das mache ich für dich. Genau, gute Idee. Dann muss ich sie nicht rausglauben nachher und dann hast du gleich die, die du magst, bei dir drin. Ich weiß nicht so viel. Räum mal das auf. So, ich habe die Pfanne schon angeschmissen auf meine Stufe 3 von 5 beim Braten, weil die brauchen schon ein bisschen Hitze. Dann haben wir hier Kokosöl. Und ich habe festgestellt, mein Kokosöl ist so gut wie leer. Also das reicht jetzt vielleicht noch die erste Charge Pancakes. Und danach werde ich cheaten und Rapsöl nehmen wir, was ich da habe. So ist halt. Kommt in der beste Haushalte vor, dass es mal leer ist. Und da ich nicht so der Hamsterkäufer bin, brauche ich keinen Sinn mehr. Ja, ein Hamster an der Pfanne ist auch blöd, weißt du. Absolut nicht. Weißt du, das Fell klebt dann am Teig, das schmeckt nicht. So, ihr habt gehört, dass es gepiept hat. Somit ist die Pfanne heiß. Ich schmeiße hier mal einfach eins rein. Eins rein. Das Öl, also Olivenöl, Olivenöl. Jetzt geht's los. Kokosöl ist in einer Rohform, wie sagt man, ist das fest. Und wenn es warm wird, aber das wird schon bei geringen Temperaturen. Ich glaube, so ab den 25 Grad wird das flüssig schon. So, also es ist wirklich wenig. Deswegen zeige ich euch jetzt einen Benny-Pancake ohne Ziebeber, ohne Rosine. Und zwar soll man zwei Esslöffel reinmachen und das wird dann der Pancake. So. Ich habe hier einen größeren Schöpfer und den mache ich mir nachher halb voll. Dann muss ich nämlich nicht mit den Esslöffeln zweimal rein und dann mache ich mir zwei, drei Stück. in die Pfanne. Das ist jetzt mal der erste, weil mir ja aus Öl, das Kokosöl ausgegangen ist. Ach, jetzt habe ich doch Sonnenblumenöl hier. Egal. Wer die Kokosnuss geklaut. Ja, genau. Ich stelle mir auch immer einen großen Teller nebenher, wenn ich das für die Familie nämlich mache. Oder auch für zwei Personen. Da kommen ja dann einige zusammen. Und man möchte ja dann nachher zusammen essen. Deswegen ziehe ich die auf dem Teller dann verteilen. Und damit wir dann nachher alle gemeinsam essen können. Und wenn man Familie hat, muss man aufpassen auf die Mäuse. Die kommen dann nämlich ganz schnell. Und holen sich immer wieder einen weg. Und wenn es Essen gibt, wundern sich dann, warum sie keine Hunger mehr da sind. Oder dass sie keinen Hunger mehr haben. Genau. So, der fängt jetzt an hier. Man muss den einfach ein bisschen anziehen lassen. Ich denke vielleicht fast zwei Minuten sogar. Der fängt jetzt an der Seite. Wenn er außen am Rand anfängt, das sieht man dann, dass es gebacken ist. Dann kann man es umdrehen. Trau mich jetzt auch noch nicht. Ich warte lieber noch kurz ein bisschen. Nicht das gleich. Der erste Wupp und auseinander. Kann auch passieren. Passiert auch mir manchmal. Prinzipiell werden meine Pfannenkuchen eigentlich die ersten drei, vier werden immer ziemlich schwarz. Und dann finde ich die richtige Temperatur. Wobei jetzt mit meinem Induktionsherd, den ich ja so liebe, müsste man eigentlich auch mal verlinken, gell? Ob jemand ein Induktionsherd? Ich kann es euch nur empfehlen. Auf Stufe... Jetzt gucken wir mal nicht, dass er schwarz wird. Der wird nicht schwarz. Oder? Ja gut. Nein, perfekt. 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 Benni hat den richtigen Riecher gehabt. Also bei mir ist Stufe drei auf dem Braten. Ich habe fünf Stufen, also ein bisschen mehr wie die Hälfte. Und dann wird das... Lecker schmeckt. Genau. Nicht auf die, die kommen, das runterzudrücken, weil sonst machst du die ganze fluffige Luft, die da drin ist, Matsch raus. Ja, hier steht es ein bisschen hoch. Das mache ich dann schon gern so ein bisschen runter, aber dass es da noch braun wird. Es ist halt kein industriell hergestelltes Produkt. Das ist zu Hause hergestellt und dann muss man einfach mal auch kleine Schönheitsfehler tolerieren. Und bei der ist es sehr schön geworden. Ja. Da bin ich echt stolz drauf. So, mal gucken. Uh. Mal umdrehen. Ah, perfekt. Die Tutto. Schau mal, der erste. So, jetzt zeige ich euch hier. Jetzt nehmen wir halt in dem Fall Sonnenblumenöl. Das sind vielleicht so ein, zwei, anderthalb Esslöffel. Ich schwenke das dann hier hin und her, dass das Öl überall mal in der Pfanne war. Ja, so. Und jetzt habe ich gesagt, ich nehme den großen Löffel. So ist es halt, wie ich das halt mache. Jetzt rühre ich das nochmal kurz um. Welche denn? Ziehbebe. Ziehbebe. Mal gucken, ob wir jetzt welche erwischen. So, und jetzt ist das fast. Ja, perfekt. Das sieht doch gut aus. Yum, yum. Eins, zwei, komm. Uh, das war jetzt ein großer Pancake. Drei. So, drei Stück kriege ich gut in eine Pfanne rein. Ich glaube, jetzt mache ich mir hier meine Uhrzeit an, damit ich sehe, wann eine Minute rum ist. Und ich sie dann umdrehen kann. Wobei, guck mal, die Pfanne gibt nochmal, jetzt sind sie schon schneller. Das ist auch so rum schon. Ja gut, die Pfanne erwärmt sich ja dann. Die erwärmt sich immer noch weiter, ja, obwohl sie eigentlich piept hat und die eine Temperatur hat. Aber so ist ja recht, wenn es jetzt schnell geht. Klar, weil kalt bleibt man sie auch nicht essen. Das war jetzt ein bisschen früh. Und ich sage, nein, 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 nein. Gerätet. Ja. Aber einfach eine Rosine, da muss man wieder ein bisschen drücken. Die Minute war auch nicht rum. Ja. 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 Ich kann es nicht abwarten, das ist halt nicht meinst. Jetzt ist die Minute rum, aber jetzt traue ich mich nicht mehr. Jetzt hast du Angst. Jetzt warten wir halt noch mal eine halbe. Sollen wir mal einen Witz erzählen? Mach. Mir fällt aber keiner ein, das ist das Problem. Das ist ein schlechter Witz, oder? Ja. Was hat Marie erzählt? Ah, ich kenne einen. Ich kenne einen. Wie war der? Wisst ihr, warum Eisbären weiß sind? Nee. Oder wie ging der? Oh, ist der? Nein. Oh, so geht der. Also, ab jetzt fängt der gute Teil des Witzes an. Warum heißen Eisbären... Nee. Warum sind Eisbären weiß? Nee. Ja, genau. Das halbe gute Witz fängt jetzt an, weil du ihn so gut weißt. Warum sind Eisbären weiß? Na, wenn sie rot wären, wären sie ja Himbeeren. Genau. War jetzt eine schwere Geburt, jetzt dreh um. Ach so, oh ja, jetzt haben wir schon zwei Minuten. Ja, aber guck mal, die zwei Minuten brauchen sie tatsächlich. Ja, die sind auch etwas größer. Komm her. Und du hast ja meinen vorhin genau in der Mitte von der Pfanne gemacht. Das ist natürlich immer der heißeste Punkt. Ah, guck mal, aber der hat jetzt hier trotzdem schon schöne Farbe gekriegt. So mag ich es, wenn es ist so. Der ist schon ein bisschen arg hell blieb. Habe ich das vielleicht... Vorstehen hier mein Kreuz von der Pfanne. Aber das können die ja machen, wie ihr möchtet. Der eine mag es ein bisschen knuspriger, der andere ein bisschen weicher, weil er nicht mal alle Zähne hat vielleicht. Mach jeder auch nicht gerade alle Zähne. Ja, stimmt, unsere Tochter hat gerade nicht alle Zähne. Da fällt einer nach dem anderen raus. Wenn das mal anfängt mit einem Wackelzahn, das hört nicht mehr auf. Ja, du hast halt echt ein Leben lang geschießt. Als Säugling, wenn die ersten Zähne kommen, dann, wenn du die bleibenden Zähne kriegst und wenn du ein alter Opa bist oder eine alte Oma, geht es gerade weiter. Ach, Mist. Ich wollte die Position gerade tauschen, aber ich lasse es. Don't touch the running system. Der sah doch auf der einen Seite gut aus. Ja, findest du? Nein, der ist zu wabbelig. Also mir ist der noch zu... Na gut. Aber ich habe ja auch noch eine Minute. Ach so, wie muss ich ihn jetzt... Warum muss ich ihn jetzt drehen? Der kriegt... Flatsch! Flatsch! Nein, jetzt bricht er! Einfach Finger weglassen, gell? Du drehst rum, nicht ich! Lass mich! Kann ich den schon essen? Hast du noch einen Witz? Der ist schon kalt. Nein, den brauchen wir noch. Das ist der Benni Pancake. Wir müssen doch auch noch schöne Fotos machen. Ich muss noch mal welche mit dem Esslöffel machen. Ja. Die sind viel schöner rund geworden. Ja. Weil wir wollen ja euch das nachher auch schön hin dekorieren, weil das Auge isst ja mit. Und dann haben wir noch unsere schönen Obsttees und schöne Mandelblättchen. Was machst du? Mich festhalten. Mich festhalten am Griff von der Schublade. Ja, was soll ich sonst machen? Wenn ich jetzt so mache, dann sagst du wieder, ah, meine Schulter. Guck mal, ich glaube, ich glaube, jetzt haben sie es jetzt in vier Minuten. Ach, der ist gebrochen, Mensch. Flutsch! Der quietscht. Hast du das gehört gerade? Hat er gemacht. Wenn hier Reste bleiben, guckt, dass ihr die rausbekommt. Ist ganz wichtig für die Nächsten. Sonst brennt euch dieser Rest an. Ich mache jetzt noch mal ein kleines Schlückchen rein, weil ein bisschen was saugen die ja immer auf. Und wir wollen sie nicht frittieren. Ja, aber ein bisschen Fett braucht man dann schon auch immer. Wir backen die sonst echt immer an. Und so, jetzt wollte ich hier noch mal einen Esslöffel, gell? So, jetzt habe ich dieses Schlonzding hier. Ich halte es fest. Ich halte es fest, genau. Mal gucken, ob man noch ein paar Rosinen findet. Ja, da haben wir eine. Immer diese Rosinenpickerei. Ah, ich weiß wahrscheinlich. Guck, der fängt jetzt nämlich schon an zu braten. Und wenn ich den zweiten Esslöffel obendrauf mache. Dann verläuft es nicht so sehr. Genau. Ein bisschen. Ja, du kannst schöner dosieren. Ja. Manchmal ist es auch nicht immer das Größte, das Beste. Nein. Soll ich was sagen? Nein, ich sage es lieber nicht. Es ist nicht jugendfrei. Es lasse mal lieber. Nein, nein. Nicht so komisch werden hier. Da kommen hier noch ein bisschen rund. So, suchen wir noch mal ein paar Rosinen. Kannst du mal weiter rüberkommen mit dem Ding? Ah, da haben wir jetzt zwei, drei Rosinen. Das ist doch wunderbar. Ah, dass die immer in der Mitte runtergefallen. Heute hilft beim Kochen Rosini. Der war doch gut, oder? Ja, da habe ich ein bisschen rausgekleckert. Aber, ja komm. Soll ich es wegnehmen, oder? Ja, verkünsteln wir uns halt voll. Aber ihr habt vom Prinzip jetzt gesehen, wie es funktioniert. Dann bäckt Sarah das jetzt noch vollends schön aus. Dann haben wir ein schönes Foto von euch. Und dann probieren wir... Für euch, nicht von euch. Habe ich von... Für euch, ja. Für euch. Also von dem leckeren Essen. Und dann probieren wir das Ganze noch. Genau. Da freue ich mich schon drauf. Wird schon was werden. Jawohl. Dann bis gleich. So. Wir haben während dem Wir-Weiter-Backen für euch schon mal das Foto gemacht. Uns lecker angerichtet. Und wir freuen uns jetzt unglaublich, das zu probieren. Stellen wir es mal da hin. Machen noch ganz zum Schluss. Ja. Ein bisschen Zimt oben drüber. Für den, der es mag. Andere würden sich jetzt vielleicht eine Tonne Ahrensirup drüber kippen. Ja. Man kann ein bisschen Honig drüber machen. Aber übertreiben es nicht. Das ist ein Zucker. So. Willst du erst probieren? Ja, bitte. Mit Kiwi oder mit? Beides. Ohne Zibeper, bitte. Genau. Aber mit Mandeln und Kiwi und Blaubeere. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. Also Heidelbeere. Das wird jetzt auch. Guck mal, der macht ja schon wieder Harakiri. Der will nicht. Jetzt muss das auch noch. Du bist echt gut. Wie soll denn das jetzt alles hier draufkriegen? Weißt du was? Ich nehme den Finger. Wir sind ja unter uns. So, noch ein bisschen Mandelblättchen hier. Ja. Nicht zu viel. Das schaffe ich ja nicht. Ich glaube, der Kiwi ist richtig geil, oder? Das Essen, du hast halt fünf komplexe Geschmacksrichtungen. Du hast den Pancake, der locker und leicht ist, wie dir die Sonne durchscheint. Du hast die Kiwi, die separat im Geschmack drin ist. Du hast die Blaubeere, Heidelbeere, die im Geschmack drin ist. Die Mandeln, die Mandeln und der Zimt. Der Zimt, ja. Du merkst überall so im Mund, da ist was, da ist was, da ist was und das liebe ich. Und da fällt überhaupt nicht auf, dass die Vollkorn sind. Zumal da ja auch nicht alles Vollkornmehl ist, sondern da ist ja auch noch ganz viel gemahlene Mandeln drin, was einen Großteil vom Mehl ersetzt. Und das somit in eine andere Richtung rüber drückt und nicht in dieses typische Staubige verfällt. Und ich habe heute Kiwi dazu gemacht, weil ich dachte habe, hey, das ist eine mega Idee. Normalerweise gibt es bei uns haltens Apfelmus zu sowas. Und ich dachte, irgendwie was Frisches und... Ja, das ist... Hammer, Hammer. Jo, also wir können es euch nur empfehlen. Macht es nach. Macht es nach. Wenn es euch gefällt, wenn ihr es selber nachgemacht habt, schreibt es uns in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Dann lasst uns natürlich einen Daumen nach oben da. Genau, alle Rezepte könnt ihr unter benjara.de nachlesen. Und wenn ihr noch mehr lustige Videos von uns haben wollt mit leckerem Essen, Nachtisch, Nachspeise, findet ihr hier. Hier, genau. Eines, was ich euch einblende aus der Playlist. Und genau, dann viel Spaß. Bis nächste Woche Freitag. Ciao.